Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, 10, 10. Du brauchst 9 Pekingiere und du brauchst 10 Pekingiere erstmal. Wobei einfach ein Verflick dürfte reichen. So, 10. So. So, 10. So 15. So 15. So 15. So 15. Oh, jetzt geht das Mehl aus. Tatsache. Weil uns doch der Weizen ausgeht. Ha! Dieh mal einer an. Dieh mal einer an. Dieh mal einer an. Das war's für heute. Das war's für heute. Ohne dass ich seine Versorgung abschneiden könnte direkt. Gut, ich könnte hier Gold und Eisen abschneiden. Hat er aber auch alles genug hier selber drin. Der Wegsektor ist ziemlich wertlos eigentlich. Also ja, ich könnte die vom Hafen abschneiden, aber bringt ja nicht mehr viel. Das meiste hat er sich ja einem verneimt, das brauchen wir ja auch nicht. Was könnten wir uns denn mit dem ganzen Gold, was wir haben, schickes Kaufen, was uns helfen könnte? Außer Steine, von denen wir jetzt eigentlich eh genug haben. Ja. Wir könnten was gegen unsere Weizknappheit vorübergehend tun und wir könnten uns mehr Wurst kaufen. Wir könnten aber auch einfach mehr Wurst herstellen, da wir eh so viel Fleisch haben. Und ich sag einfach mal, das ganze Fleisch dieser Welt kommt in diese... Gut, nächster Ausbau. Kommen wir uns mal für jede Armee vier Reiter. Kommen wir uns mal für ein Waffenspiel zugucken, der seinen Werkzeugkasten ziemlich seltsam hält. Jo, er zappert aus seinem Eisenbahn einen Pickenkopf. So, hat uns da... Ähm... Was ist er denn? Pferdezüchter mal ein bisschen was zu tun. Bis er die 16 Pferde zusammen hat. 4x4 ist 16, ja. Ich glaube, ich helfe mal wirklich ein bisschen aus, indem ich ein bisschen Weizen kaufe. Ist ja nicht teuer. Freudeausbau fertiggestellt. Nein, du bist noch nicht ausgebaut. Das meiste Gold müsste ja jetzt hier mal im Hauptlager sein, ja. Wo habe ich denn noch so viel Gold? Hier habe ich 31. Und hier ist fast nichts. Ich weiß nicht, wo ich noch so viel Gold hätte. Ich weiß nicht, wo ich noch so viel Gold hätte. Also ja, er hat zwei von den Standard-Generälen und einen etwas besseren. Ja, ich weiß nicht, wo ich noch so was. Ja, und wir haben Weizen. Sehr schön. Und Zehen sind noch übrig. Ja, dann ist dieses vier Standarten trägbar. Ich könnte mal raten. Der Gebäude wurde ausgebaut. Ja, die Kaserne ausgebaut. Das heißt, die Dame kriegt einen Stück Datenträger erst mal spendiert. Und dann kommen die Kanoniere. Also was, du kannst eigentlich gleich immer arbeiten. Oh, und dein Wohnhaus mal ausbauen. Ja, da wird jetzt jede Menge Geld zusammengetragen. Ja, das ist der Standartenträger. Das ist der zweite Standartenträger oder das ist der dritte Standartenträger. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Okay. 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 Das ist der zweite Standartenträger. Okay. Sollte jetzt dann kommen. Ja, und dann geht's los. Mit... ...Hanon. So, sagen wir mal noch viel mehr Geld. Oh, endlich mal nur so eine Befestigung aus. Wir sind hier oben. Wir sind hier oben. Da kommen Standartenträger angewatschelt, da kommt die letzte Standartenträger angewatschelt. Was brauche ich für einen Kanonier? Das sind ja alles 5 Sachen und 4 sind gerade gelagert. Ja, ich muss halt hier gucken, dass ich hier durchkomme. Und ich würde sagen, ihr beide tauscht mal. Ich würde sagen, das ist ja alles 5 Sachen. Also ich glaube, um, ja, Fisch haben wir mehr als genug, ey.